Meine Damen, meine Herren, Ahoi und herzlich Willkommen bei den Pretty All Pixel. Ich heiße Alexander und ich darf euch wieder recht herzlich zu einer Replay-Folge, diesmal zum Spiel Christoph Kolumbus auf dem PC begrüßen. Und ja, ihr habt richtig gehört, bei der Unboxing-Folge war ich mir noch nicht sicher, ob ich die PC- oder die Amiga-Version und dort vor allem die AGA-Version spielen werde. Ich habe beide Versionen getestet und am Ende fand ich doch die Steuerung der PC-Version etwas eingängiger. Deshalb habe ich mich jetzt für die PC-Version entschieden, das passt auch ganz gut, denn als das Spiel 1994 erschienen ist, hatte ich keinen Amiga mehr, sondern da war ich schon auf dem PC umgestiegen. Und damals hat sich das Spiel auch angespielt, sodass es wirklich Sinn macht, dass ich hier auch die PC-Version spiele. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf dieses Freeplay und ich freue mich vor allem auf dieses Spiel. Ich habe die Anleitung gelesen, ich habe richtig Lust bekommen auf das Spiel. Und heute möchte ich die ersten Schritte mit euch wagen, denn in der letzten Folge beim Unboxing haben wir uns naturgemäß nur das Intro und den Inhalt der Spiele-Schachteln ja angeschaut, vor allem das Handbuch haben wir uns angeschaut, aber wir haben nicht gespielt. Und das werden wir heute nachholen. Und damit beginne ich direkt. Und bevor wir starten, müssen wir zunächst einmal ein paar Einstellungen vornehmen. Zunächst einmal müssen wir die Person auswählen, die wir spielen wollen und damit auch das Land. Und hier stehen insgesamt fünf Personen und Länder zur Auswahl. Ich beginne mit Christoph Kolumbus, 1451 in Genua, Italien geboren. Er war also Italiener. Und 1506 in Valodolid, Spanien gestorben. Und wir wissen alle, dass er 1492 auf der Suche nach Indien für die Krone Amerika entdeckt hat. Und er war nicht nur einmal in Amerika, er war mehrmals in Amerika. Wenn man sich für Christoph Kolumbus als Person entscheidet, spielt man dann für Spanien. Dagegen wählt man Portugal als Heimatland aus, wenn man Vasco da Gama auswählt. Vasco da Gama, 1469 in Sines, Portugal geboren und am 24.12., also Heiligabend, 1524 in Cochin in Indien gestorben. Er war der Entdecker des Seelwegs um das Kap der guten Hoffnung herum nach Indien. Und zwar ist ihm das 1498 gelungen. Dann gehen wir zur nächsten Person. Der ist etwas unbekannter. Jakob Le Maire hört sich französisch an, ist er aber nicht. Er war Holländer. Er ist 1585 in Antwerpen, damals in den Niederlanden geboren und 1616 auf hoher See gestorben. 1616 entdeckte er die Südspitze Südamerikas, welches heute unter dem Namen Kap Horn bekannt ist. Benannt nach der holländischen Stadt Horn nördlich von Amsterdam. Und das liegt einfach daran, dass die Finanzier der Expedition Kaufleute aus Horn waren. Und ich glaube auch der Kapitän und ein Großteil der Besatzung stammten aus Horn. Dann gibt es wieder eine Person, die jeder kennt. James Cook, Engländer, geboren 1728 in Maarten und gestorben 1779 auf Hawaii. Er war Entdecker vieler Orte im Südpazifik. Ich glaube er hat insgesamt drei Reisen im Südpazifik unternommen, bis er dann schließlich auf Hawaii getötet worden ist von Einheimischen. Und vor allem wurde er deshalb berühmt, weil er 1770 Australien entdeckte. Ja und Australien, das hätte der liebe Louis-Antoine de Bourgogneville fast entdeckt, aber nur fast. Er ist 1729 in Paris geboren und auch dort gestorben. Er umsegelte von 1766 bis 1769 als erster Franzose die Welt. Und wie gesagt, er hätte beinahe Australien entdeckt, aber er ist nach Norden abgebogen. Und zwar ist er dem Grand Barrier Rift gefolgt, sodass er nicht das Festland entdeckt hat. Diese Ehre ist dann drei Jahre später James Cook zugefallen. Und wenn man sich für Bourgogneville entscheidet, dann spielt man für Frankreich. So und da es die erste Partie ist, die ich spiele, wähle ich natürlich Christoph Kolumbus aus. Und die nächste Einstellung, die man hier machen muss, ist zu entscheiden, ob man selber spielt. Da muss man hier einfach drauf drücken. Mensch, dann sind wir das. Oder Computer. Und das kann man hier bei allen anderen vier auch einstellen. Ich wähle mal Vasco da Gama als Gegner. Dann gehe ich hier wieder hoch. Und da wähle ich jetzt Computer aus. Und jetzt könnte ich alle anderen auch auf Computer setzen. Aber da es die erste Partie ist, möchte ich es einfach haben. Das heißt, wir suchen uns nur einen einzigen Gegner aus. Aber man könnte auch einen zweiten menschlichen Spieler hier auswählen. Und dann würde man mit einem Freund hier tatsächlich das Spiel gemeinsam spielen können. Das werde ich auch machen. Ich werde selber davon überzeugen, dass wir das einmal gemeinsam spielen. Das wird aber eins der späteren Replays sein. Auf diese Multiplayer-Partie freue ich mich jetzt schon. Vor allem bin ich dann gespannt, wie sich diese auch spielt. Okay. Wir gehen jetzt hier wieder auf Computer. Und wie gesagt, Christoph Kolumbus, Mensch. Und es geht los. Spanien 1480. Und zunächst einmal müssen wir einen Namen für unser Schiff auswählen. Es ist eine Karavelle. Vorgeschlagen wird Sao Gabriel. Aber das finde ich doof. Ich nenne das Schiff direkt Santa Maria. Und da sehen wir auch schon unser Schiff. Ich beschreibe mal, was wir hier vor uns sehen. Wir sehen zunächst einmal eine große Übersichtskarte. Wir sehen, ja, unser Heimatort Sibilia. Das ist der Ort, von dem wir losfahren werden. Wir sehen unser Schiff, die Santa Maria. Es ist eine Karavelle. Wir haben neun Bewegungspunkte. Kein Befehl, Nullmannbesatzung, Nullkanonen, kein Proviant. Takalage, Rumpf, 100 von H, das heißt 100 Prozent. Also alles wunderbar intakt. Und wir haben 100 Tonnen Laderaum. Und wir sehen hier auch ein Bild von dem Schiff. Dann sehen wir hier oben eine Menüleiste. Wenn wir auf Hauptmenü drücken, erscheint Heimathafen, Übersichtskarte, Suche, Speichern und Ende. Ich gehe mal auf Heimathafen. Und da sehen wir auch direkt unseren Heimathafen. Ich bin vor allem gespannt, ob wir, wenn wir jemand anderes auswählen, als Figur auch einen anderen Heimathafen angezeigt bekommen. Bei Patricia war das ja leider nicht der Fall. Ich hoffe, dass es hier bei Christoph Kolumbus der Fall ist und dass sich die Programmierer und Grafiker entsprechend Mühe gegeben haben. Das werden wir aber erst in einer späteren Partie dann sehen können. Ich komme hier gleich wieder zurück. Ich möchte mir erst mal gemeinsam mit euch den Hauptbildschirm näher anschauen. Dann gibt es die Übersichtskarte. Die wird hier unten eingeblendet. Dann eine Suchfunktion. Da können wir Orte suchen. Dann können wir speichern und Ende. Das machen wir natürlich nicht. Dann gibt es Informationen zu Waren, Soldaten und Produktion. Hier sehen wir, welche Waren tatsächlich vorhanden sind. Es gibt Wasser, Zwieback, Kuche, Holz, Pulver, Kugeln, Tant, Zucker, Tabak, Baumwolle, Erze, Silber, Gold, Juwelen und Duplonen, sprich Geld. Also allerhand. Was haben wir noch? Wir haben Soldaten. Ihr erinnert euch an das Unboxing. Es gab sehr viele Soldaten. Landknechte, Armbrustschützen, Akebusiere, Musketiere, Füsseliere, Reiter, Ritter, Akebusiere, Reiter, Hyrasiere, Dragoner, Lafetten, Bombarden, Geschütze und Mörser. Aber von denen haben wir bisher noch gar nichts. Alles klar. Und wir können uns die Produktion anschauen. Aber da ich keine Produktion habe, wird mir natürlich momentan nichts angezeigt. Dann haben wir hier die Befehle. Bewegen, warten, ankern, befestigen. Ankern ist wahrscheinlich für Schiffe und befestigen für Truppen. Expeditionen bilden. Das wird spannend, wenn wir das mal machen werden. Die Armee ausladen. Keine Befehle zentrieren. Schiffe. Auch ausgeraut. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und Runde beenden. Okay. Und dann gibt es das Menü Stadtausbau. Alles, was wir dann in unseren Kolonien machen können. Ein Lager errichten. Eine Kirche. Ein Fort. Ein Hafen. Eine Zuckerplantage. Eine Tabakplantage. Eine Baumwollplantage. Erzminen. Silberminen. Goldminen. Und das sind alles die Gebäude, mit denen wir tatsächlich dann auch etwas produzieren lassen können. Was wir dann auch hier im Heimathafen verkaufen können, um dann Geld zu haben, um die Expeditionen dann weiter finanzieren zu können. Aber da ich noch keine einzige Kolonie zur Verfügung habe, brauchen wir uns das jetzt auch noch nicht anzuschauen. Und dann haben wir zum Schluss hier die Optionen Animationen aus und Detailgrafik aus. Ich lasse es an, denn wir haben genügend Rechenpower. Gesteuert wird das Spiel mit der Maus und indem ich hier die linke Maustaste drücke und gedrückt halte, kann ich hier eine Unterrubrik auswählen, wie zum Beispiel Heimathafen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Was haben wir hier? Wir haben einmal den Historiker. Und da sehen wir, es ist das Jahr 1480. Wir haben zwei Prozent der Welt entdeckt und ein Prozent der Landfläche erobert. Okay, das ist wohl unsere Heimat, von der er hier spricht. Und dann gibt es einen Vergleich mit anderen Ländern. Anzahl der Kolonien erster Platz, Anzahl der Schiffe erster Platz, Anzahl der Soldaten erster Platz. Gut, wir sind ganz zu Beginn. Kein Wunder, dass wir hier überall den ersten Platz machen. Dann gibt es hier noch die Funktion Spende. Und hier kann man auswählen, ob man sein Geld in die Entwicklung von Schiffen oder in die Entwicklung von Waffen reinsteckt. Das sehen wir hier. Und da könnten wir jetzt die Duplonen angeben. Wir haben 15.000 Duplonen. Aber das ist noch zu früh, das werde ich nicht machen. Übrigens, wir kommen aus dem Menü dann raus, wenn ich auf den rechten Knopf drücke. Das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Wo gehen wir noch hin? Wir gehen hier zum Bankier. Und da sehen wir unser Vermögen, die 15.000 Duplonen. Wir haben kein Geld an Bord des Schiffes. Und wir könnten einen Kredit aufnehmen in Höhe von 5.000 Duplonen. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ich glaube, dass wir genügend Geld zur Verfügung haben, zumindest für die erste Reise heute. Was können wir noch machen? Hier ist die Kneipe. Und hier können wir direkt Soldaten rekrutieren. Reiter, Infanterie, Artillerie. Und da haben wir noch nicht die volle Auswahl, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir Lafetten. Die kosten auch direkt 3.000 Duplonen. Und an Bord würden zwei Einheiten passen. Das heißt, da wir 100 Tonnen zur Verfügung haben, muss eine Lafette 50 Tonnen biegen. Okay, das machen wir nicht. Dann bei den Infanteristen können wir auswählen zwischen Lanz, Knecht und Armbrust schützen. Die kosten 1.600 Duplonen oder 2.400 Duplonen. Und auch hier kann ich nur zwei Einheiten an Bord nehmen. Das heißt, jede Einheit wiegt 50 Tonnen. Und dann haben wir hier noch die Reiterei. Reiter und Ritter. 2.500 Duplonen bzw. 4.000 Duplonen. Und auch hier gibt es für zwei Einheiten Platz auf meinem Schiff. Gibt es hier noch was? Nein. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Dann haben wir die Besatzung. Das machen wir gleich. Den Informanten. Okay. Da kriegen wir wahrscheinlich wichtige Hintergrundinformationen über unsere Gegner. Und dann gehen wir mal hier nach links. Nee, das war es auch. Mehr gibt es hier nicht. Dann drücke ich wieder den rechten Knopf und wir sind draußen. Und wenn ich jetzt mit der Maus nach rechts gehe, das finde ich sehr schick gemacht, bewegt sich hier die Stadtansicht. Und ich kann hier die anderen Orte besuchen. Dann besuchen wir mal unser Kontor. Und da sehen wir auch 15.000 Duplonen haben wir hier in der Hafenkasse. Nicht an Bord. Unser Kreditlimit liegt bei 5.000 Duplonen. Wir haben keinen Kredit aufgenommen. Das ist schon mal gut. Hier werden dann später die Kolonien aufgelistet. Und wir sehen hier, ich habe einfach auf die linke Maustaste wieder gedrückt, sehen wir die Liste der Schiffe, wie viel Besatzung sie haben, Kanonen und über welche Soldaten wir hier verfügen. Das war es. Mehr kann man hier nicht machen. Dann haben wir die Werft. Die Werft ist sehr wichtig. Was haben wir hier? Wir können hier ein Schiff verkaufen. Ja, wenn ich die Santa Maria verkaufen würde, würden wir 2.000 Duplonen bekommen. Aber ich befürchte, dann ist das Spiel auch zu Ende. Das heißt, das machen wir nicht. Hier können wir einen Neubau in Auftrag geben. Und zur Auswahl steht eine Karabelle und eine Karacke. Ich werde im Verlauf des Spiels auch die einzelnen Schiffstypen mal vorstellen. Nicht heute. Ich glaube, wir haben genug andere Sachen, die wir uns anschauen können. Aber in der nächsten Folge werde ich die Schiffstypen etwas näher vorstellen. Im Handbuch waren ja einige Informationen enthalten, die ich euch da nicht vorenthalten möchte. Wir gehen hier wieder raus. Angebote. Das sind gebrauchte Schiffe, aber da gibt es momentan leider nichts. Reparatur. Aber das brauchen wir nicht. Und schaut mal, hier steht jetzt 100%. Und nicht mal 100% mit der Abkürzung VH für Prozent. Wahrscheinlich war hier auf dem Bildschirm genügend Platz, das auszuschreiben. Prozentzeichen ging scheinbar nicht. Und wir haben hier Kanonen. Sehr schön. Das machen wir auch. Und wenn ich das richtig sehe, könnten wir insgesamt 12 Kanonen an Bord nehmen. Und jede Kanone kostet 306 Duplonen. Okay. Das war dieses Menü. Dann gehen wir wieder raus. Und dann sind wir beim Handelsmenü. Und hier oben sehen wir zwei Zahlen. 15.000 Duplonen. Das ist unser Vermögen. Und die 100. Das ist der verfügbare Platz an Bord meines Schiffes. 100 Tonnen. Dann haben wir hier in der Mitte die Person. Da können wir klicken, ob wir kaufen oder verkaufen wollen. Und die einzelnen Waren, die wir kaufen oder verkaufen können, die werden jetzt hier dargestellt. Und zwar grafisch. Und zwar haben wir hier Wasser. Zwei Duplonen pro Tonne. Dann haben wir hier Erze. Tuch. Holz. Zwieback. Baumwolle. Was haben wir hier oben noch? Da ist nix. Silber. Ist hier links. Tant. Zucker. Schießpulver. Das benötigen wir für die Kanonen. Kugeln. Die brauchen wir auch für die Kanonen. Und Juwelen. Und Zucker. Ich schlage vor, dass wir ein Schiff ausrüsten. Und ich habe mir hier nochmal die Stelle aus dem Handbuch rausgesucht, die ich euch mal vorlesen werde. Und das werden wir jetzt Stück für Stück machen. Zu Beginn des Spiels steht jedem Spieler eine Karabelle mit 100 Tonnen Ladekapazität zur Verfügung. Besuchen Sie zunächst die Kneipe, um eine Besatzung anzuheuern. Na, das machen wir doch direkt. Wir gehen mal hier hin. Kneipe. Besatzung. Jedes Schiff hat eine Mindestbesatzung, die auf jeden Fall benötigt wird, um das Schiff zu manövrieren. Da Ihre Männer auf den langen See reisend viele Gefahren und Krankheiten ausgesetzt sind, sollten Sie immer einige Männer mehr an Bord nehmen. Außerdem benötigen Sie zusätzliche Männer zur Wartung des Schiffs und zur Bedienung der Geschütze. Und natürlich wollen Sie ferne Länder entdecken, Expeditionen bilden, eingeborene Dörfer erobern oder Siedlungen errichten. Und ich schaue mal ein bisschen weiter unten. Da ist ein Beispiel zur Ausrüstung einer Karabelle mit 100 Tonnen abgebildet. Und da steht drin, dass man 66 Mann Besatzung benötigt. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin. 66. So, und hier kann ich das verschieben, mehr oder weniger. 485 Einwohner sind verfügbar. An Bord würden ja 100 scheinbar passen. Ich brauche aber 6 mindestens. Und laut Empfehlung 66. Also gehen wir mal hier hin. Und hier können wir auch noch eine Feinjustierung machen mit Plus und Minus. 66 Mann, okay, erledigt. Was müssen wir als nächstes machen? Anschließend gehen Sie in die Werft, um das Schiff mit Kanonen zu bestücken. Zu Beginn des Spiels ist es nicht zu empfehlen, das Schiff mit der maximalen Zahl Kanonen auszustatten, da jede Kanone 3 Tonnen ihrer Ladekapazität belegt. In Gefechten benötigen Sie zusätzlich als Mindestbesatzung 5 Mann je Kanone, um alle Geschütze einsetzen zu können. Im späteren Spielverlauf ist es ratsam, schwer beladene Handelsschiffe von Kriegsschiffen begleiten zu lassen, um die wertvolle Ladung vor ihren Gegnern zu schützen. Dann schaue ich mal, wie viele Kanonen werden hier empfohlen? 4 Stück, okay. Das heißt, wir gehen zur Werft und kaufen 4 Kanonen. Alles klar, 4 Kanonen haben wir. Was müssen wir als nächstes machen? Der letzte Weg im Heimathafen führt Sie immer zum Händler. Zunächst brauchen Sie Wasser und Zwieback als Proviant für die Besatzung. In der Regel verbrauchen 40 Mann Besatzung eine Tonne Wasser und eine Tonne Zwieback je Spielrunde. Das heißt, bei 66 Mann Besatzung brauche ich eineinhalb Tonnen Wasser und eineinhalb Tonnen Zwieback. Außerdem sollten Sie Tuche und Holz kaufen, um während der bevorstehenden Seereise kleinere Reparaturen am Schiff von der Besatzung durchführen zu lassen. Um den Zustand des Rumpfes bzw. der Takelage einer 100 Tonnen Karabelle um 10% zu verbessern, benötigen Sie etwa eine Tonne Holz bzw. eine Tonne Tuch. Das finde ich ja cool. Bei Patricia und auch bei Hanse konnte ich ja die Schiffe immer nur im Hafen in der Werft reparieren lassen. Hier kann man scheinbar die Schiffe auch unterwegs reparieren lassen. Eine Tonne Holz, eine Tonne Tuch für 10% Verbesserung. Das müssen wir uns merken. Ist der Schiff mit Kanonen ausgerüstet, benötigen Sie zusätzlich Pulver und Kugeln. Diese Waren werden im Verhältnis 1 zu 3 benötigt, also eine Tonne Pulver auf drei Tonnen Kugeln. Eine Kugel hat dabei ein Gewicht von durchschnittlich 20 Pfund. Zuletzt sollten Sie noch einige Ladungen Tant, Glasperlen, Töpfe etc. an Bord nehmen, um bei einer Begegnung mit Eingeborenen handeln zu können. Bei der Beladung eines Schiffs muss darauf geachtet werden, dass das Schiff weder überladen noch mit völlig leerem Laderaum in See sticht, da Rumpf und Takelage sonst erhöhten Verschleiß auf hoher See ausgesetzt sind. Oho. Auf späteren Entdeckungs- und Handelsreisen können Sie Soldaten mit an Bord nehmen, um Ihre Kolonien vor Angriffen zu schützen oder neue Gebiete zu erobern. Zum Bau einer Plantage in einer Ihrer zukünftigen Kolonien benötigen Sie mindestens 8000 Duplonen, die Sie nach dem Ausrüsten des Schiffs beim Bankier vom Konto ins Schiff übertragen müssen. Okay, also wir müssen auch Bargeld mitnehmen, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich erst die anderen Sachen noch machen. Das heißt, wir gehen hier zum Kaufmann und wir kaufen 25 Tonnen Wasser. Wenn ich die linke Taste gedrückt halte, dann läuft es sehr schnell. Ihr habt es gerade gesehen. So, was haben wir noch? Zwei Tonnen Tuch. Eine Tonne Pulver. 25 Tonnen Zwieback. Ich bin jetzt etwas vorsichtiger. Zwei Tonnen Holz. Und drei Tonnen Kugeln. Und der Rest? Der Rest ist Tant. Alles klar. Perfekt. Gut. Das war's. Dann können wir, glaube ich, in See stechen. So, und wir speichern jetzt einmal ab, bevor wir losreißen. Das ist der Spielername. Und das hat hoffentlich jetzt geklappt. Wir überprüfen das nochmal. Jawohl, da ist es. Alles klar. Also, speichern geht auch. Und hier sehen wir jetzt auch, wir haben neun Bewegungspunkte. Und wir sehen, was wir eingekauft haben. Und zwar haben wir ausreichend Proviant für sieben Runden. Das ist nicht allzu viel. Wenn ich jetzt hier auf Informationen gehe, sehe ich alles, was wir eingekauft haben. Alles klar. Und hier können wir bewegen. Ich kann auch die Tastatur verwenden. Wenn ich die Steuerungstasten nehme, kann ich hier frei über die Karte navigieren. Und wir sehen hier direkt im Nordenland. Das nutzen wir doch aus. Und wenn ich die Tasten des Num-Blocks nehme, kann ich Einheiten und das Schiff steuern. So, das war's. Mehr können wir in dieser Runde nicht machen. Dann beende ich. Und wir sind jetzt im Jahr 1481. Und, ja, es sieht gut aus. Hier scheint ein eingebrochenes Dorf zu sein. Dann bilden wir mal eine Expedition. Ich nehme mal 46 Personen mit mir. Die Hälfte an Proviant und am Wasser. Holz, Pulver, Kugeln. Das bleibt alles hier. Und wir haben unsere Expedition an Land. Sehr schön. Mit 25 Tonnen Ausrüstung. Klar. Wasser, Fieback, Tand. Das haben wir jetzt alles dabei. Dann schicke ich mein Schiff auf Erkundung. Wir schauen uns mal an, was wir hier sonst noch finden. So, und nein, ich will noch nicht beenden. Denn wir haben hier doch diese eine Einheit. Aber die kann ich jetzt leider noch nicht bewegen. Das heißt, sie sind so erschöpft vom An-Land-Gehen, dass sie in dieser Runde nicht weiter genutzt werden können. Okay. Okay. Dann beenden wir dieses Jahr. Und wir sind im Jahr 1482. Und wir haben noch ein weiteres Dorf hier gefunden. Oh, und noch eins. Also, das scheint hier eine sehr große Insel zu sein. Und wir probieren es friedlich mit Handel. Er fordert 5 Tand als Beweis unserer Freundschaft. Der Handel gilt oder dem brennt wohl die Mütze. Natürlich gilt der Handel. Und der Ort. Wir können einen individuellen Namen geben, aber ich finde Tobago ganz gut. Und wir haben unsere erste Kolonie. Und dort sind 36 Siedler. Und wir haben 100 Tonnen Lagerkapazität. Und das ist jetzt interessant. Schaut mal. Ich bin mit 46 Mann an Land gegangen. Ich dachte, ich müsste jetzt hier die Personen transferieren. Aber diese Siedler, ja, die sind scheinbar woanders hergekommen. Das ist eine sehr schöne Grafik übrigens. Ich weiß nur nicht, was das mit den Kamelen soll. Hatten die Spanier Kamele? Ich weiß es nicht. Aber wir haben noch Bewegungspunkte übrig. Oh, ihr habt es gerade gesehen. Ich bin jetzt aus Versehen in die Stadt hineingegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir kriegen jetzt hier meine Armee. Ah, okay. Ich habe es jetzt vereinigt. Habt ihr es gesehen? Man kann also, wenn man in die Stadt hineingeht, die Expedition zum Teil der Bevölkerung werden lassen. Und brauche ich jetzt hier Lebensmittel in der Stadt? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse mal ein paar da. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Hm. Okay. Aber wahrscheinlich kann ich das in dieser Runde nicht mehr machen. Wir probieren es nochmal. Das finde ich ganz komfortabel hier. Von der Steuerung. Aber scheinbar kann ich hier nichts mehr machen heute. Gut. Kann ich mit meinem Schiff noch was machen? Nee. Null Bewegungspunkte. Das geht nicht mehr. Und wir beenden den Zug. Und wir sind jetzt im Jahr 1483. Perfekt. So. Und jetzt will ich doch nochmal die Expedition losschicken. Aber es geht nicht. Ah, ich muss erstmal doppelklicken. Auswählen. Jawohl. Das ist jetzt ein bisschen super sensibel, die Steuerung. Aber besser als träge. Okay, jetzt hat es geklappt. Aber ich scheine keine Bewegungspunkte mehr zu haben. Ich gucke nochmal. Nein, habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch mir die Karten rausgeholt mit den Darstellungen, wie viele Bewegungspunkte man beispielsweise verbraucht, wenn man mit solch einer Einheit sich bewegt. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen, wenn wir die nächste Runde haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Befehle. Ich gehe jetzt hier auf Befehle. Runde beenden. Warum wird das nicht angezeigt? Keine Ahnung. Dann muss ich wieder zum Schiff. Wie gerade. Da ist unser Heimatort. Ja, da ist das Schiff. Doppelklick. Und jetzt können wir beenden. Alles klar. Wirst 184. Wenn wir uns auf einer Ebene befinden, haben wir einen Bewegungspunkt. Wenn wir dagegen einen Fluss folgen, haben wir drei Bewegungspunkte. Das heißt, das machen wir direkt. Und hier geht es wieder zurück. Ich gehe jetzt nochmal schauen. Was macht unsere Einheit? Null Bewegungspunkte. Komisch. Ich dachte, wir hätten drei. So steht es zumindest hier. Alles klar. Gut. So, ich gucke mal, was passiert, wenn ich hier doppelklicke und dann eine Bewegung mache. Okay. Auch dann kann ich die Runde beenden. Perfekt. Fünf Jahre sind jetzt vergangen. Und wir haben noch Proviant für sechs Runden. Und jetzt sehen wir auch, dass wir hier weniger Punkte verbrauchen. Was war das? Nein, das will ich gar nicht. Aber ich habe schon wieder alle Punkte verbraucht. Sehr komisch. Ich dachte, ich hätte gerade noch welche gehabt. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Zum Beispiel, dass direkt umgeschaltet wird. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich den Fluss weiter folgen. Und wir fahren jetzt nach Hause. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt etwas Geld nehme, damit wir eine Plantage bauen können. Wir wollen ja Geld verdienen. So, an Bord sind. Da. Transfer. Okay. Kredit. Transfer. Verstanden. Und ich nehme mal. 10.000 mit. Also knapp. 9.395. Und wir gehen zum Händler. Kaufen wieder Wasser. Und wir kaufen Zwieback. Und wir kaufen Holz und Tuch. Und wir kaufen Holz und Tuch. Wir gehen in die Kneipe. Wir brauchen noch Besatzungsmitglieder. Mal gucken. Ich glaube, wir gehen wieder auf 66. Jawohl. Und für den Rest kaufen wir wieder Tant. Und das war's. Ihr seht auch, die Takelage liegt immer noch bei 100%. Und der Rumpf bei 99. Das ist auch schon mal sehr gut. So. Beenden. Ja, können wir. Und da ist nichts. Das heißt, wir gehen wieder nach Süden. Und hier gehen wir an einer anderen Stelle an Land. Und zwar hier. Und wir nehmen wieder 40 Mann. 46. Und gehen hier an Land. Perfekt. Okay. Ich hab noch das Geld, oder? Lass mal gucken. Duplon. Jawohl. Aber das will ich nicht hier, sondern das will ich in der anderen Stadt investieren. So, wie mach ich das mit dem Geld? Aber wir probieren jetzt erstmal hier. Oh, 18. So viel hab ich nicht. Das ist leider zu viel. Und wie krieg ich jetzt den Stadtausbau hin? Ich muss irgendwie das Geld hier hinbekommen, oder? Nee. Dann erobern wir. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Klasse. Und die Cherry. Was ist denn das für ein doofer Name? St. Helena nennen wir das hier mal. Und soll ich beenden? Ja, warum nicht? 20 Tant. Nee. Das machen wir nicht. Auch 20 Tant. Wie krieg ich das Geld jetzt hier hin? Also, vielleicht schicke ich einfach einen mit dem Geld in die Stadt. Vielleicht ist das die Lösung. Wir schauen mal. So, den lassen wir hier. Und wir erobern. Ein Angriff auf Santa Cruz wurde abgeschlagen. Und hier hat's geklappt. Sehr schön. Santa Cruz. 1492. So. Das Schiff lassen wir da nochmal stehen. So. Nein. Noch nicht beenden. Und jetzt müssten doch die Waren hier sein, oder? Jawohl. Da ist das Geld. Und noch keine Produktion. Aber das wird sich jetzt ändern. Wir machen eine Zuckerplantage. Oh, 5000 Euro. Sehr schön. Und das machen wir hier hin. Direkt am Fluss. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gelände dafür jetzt besonders gut war oder nicht. Das muss ich vielleicht auch nochmal beim nächsten Mal nachlesen. Das liefere ich dann auch nach, diese Information. Okay. Können wir noch was machen? Ja, dann bauen wir mal ein Lager. Und eine Kirche. Wir meinen das hier nämlich ernst. Das Schiff lassen wir hier stehen. So. Was können wir hier machen? Hier sind keine Siedler. Null und hier auch. Okay. Hier brauche ich dann tatsächlich meine Einheiten. Nur wenn ich sie friedlich übernehme, habe ich Siedler. Ansonsten habe ich keine. Verstanden. Und dann schauen wir mal. Haben wir was produziert? Ne, scheinbar noch nicht. Zustand 25%. Ich habe noch Proviant für 6 Runden. Okay. Hatte ich nicht 2 Expeditionen? Wo ist die 2. hin? Oder ist sie vernichtet worden, als der Angriff abgewehrt wurde? Sieht fast so aus, ne? Okay. Ne, das funktioniert leider nicht. Der Angriff auf Mauritius wurde abgeschlagen. Und ich fürchte, ich habe jetzt die Männer verloren. Jawohl. Schaut mal hier. Okay, verstanden. Gut. Ich brauche neue Kolonisten. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause und hole ein paar Seeleute. Damit ich auch die anderen Kolonien besiedeln kann. Und wir gehen in den Heimathafen. Ich fülle hier das Schiff jetzt komplett auf mit den Besatzungsmitgliedern, also 99. Und ich kaufe noch mal ein bisschen Wasser. Kann es sein, dass die Nahrungsmittel und das Wasser teurer geworden ist? Ich befürchte Fass. Okay. Das war's. Und wir bilden die Expedition. Brauche ich jetzt Wasser und Zwieback, wenn ich Kolonisten verschiffe? Wir probieren es mal aus. Wir machen hier eine kleinere Expedition. Wir machen hier mal 30. Und die gehen wieder nach Hause. So. Und jetzt habe ich hier 30 Siedler. Das hat funktioniert. Was ist hier? Aha. Schaut mal hier. 28 Tonnen Zucker habe ich produziert. Sehr schön. Sehr schön. Wo ist mein Schiff? Da war ich ein bisschen voreilig. Okay. Jetzt geht es in die Stadt. Wie kriege ich jetzt die Waren an Bord? Das verstehe ich. Ah, hier. Zucker 7. Nee, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Aber es kann doch nicht sein, dass ich hier einen Mann benötige und oder doch. Mal schauen. Mal schauen. Interessant. Zucker 0. Da muss das geklappt haben, oder? Ja. Zucker 7. Da muss ich mal reinschauen in die Anleitung, ob es wirklich so ist, dass man immer eine Expedition bilden muss, um dann auch die Waren ausschiffen zu können. Das erscheint mir etwas umständlich. So. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geld verdienen, oder? Heimathafen. 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 Handel. Und wo war Zucker? Hier. Ware verkaufen. Und es funktioniert. Super. Ich kriege hier pro Tonne Zucker 34 Duplonen. Sehr schön. Das war's. Ja, meine Damen, meine Herren, ich speichere mal ab. Ich denke, das war eine sehr aufschlussreiche erste Partie. Es war noch nicht besonders herausfordernd. Wir müssen uns hier erstmal wirklich mit den einzelnen Menüs vertraut machen. Aber es macht schon mal richtig viel Spaß. Und ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir die ersten Gegner entdecken. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt bei dem Pretty Old Pixel. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch zukünftig uns treu bleibt und euch die anderen Replay-Folgen von uns anschaut. Ich möchte euch auch gerne auf den Blätterabend hinweisen. Er findet jeden Dienstag um 20 Uhr auf Twitch statt. Und im Rahmen dieses Blätterabends schauen wir uns gemeinsam mit anderen Gästen Computerzeitschriften an, Computerspielzeitschriften, um genauer zu sein, und reden über die alten Computerspiele. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch da mal einschaltet. Bis dahin darf ich euch wie immer alles, alles Gute wünschen. Bleibt gesund. Bis bald. Jetzt bald. Tschüß. Untertitelung des ZDF, 2020